Hallo, schön dich wieder zu sehen. Im Basic 2, Arten von Dreiecken, tauchen wir wieder gemeinsam in die Welt der Dreiecke ein. Falls du dich vielleicht schon einmal gefragt hast, ob es verschiedene Arten von Dreiecken gibt, bist du hier völlig richtig. Denn in diesem Video zeige ich dir, wie du Dreiecke aufgrund ihrer Eigenschaften unterteilen kannst. Wir unterscheiden die Arten von Dreiecken nach Seiten und Winkel. Wir treffen in diesem Video die Einteilung nach Seiten. Schau beim Video Basic 3, Arten von Dreiecken vorbei, wenn du die Einteilung nach Winkel treffen möchtest. Damit du für dieses Video gerüstet bist, solltest du bereits ein Dreieck korrekt beschriften können. Falls du dich nicht mehr daran erinnern kannst, schau dir das Intro Video nochmal an und komme anschließend wieder zurück. Legen wir mit der Einteilung nach Seiten los. Das allgemeine Dreieck haben wir bereits kennengelernt. Hier habe ich dir nochmal ein solchen Dreieck eingeblendet. Es hat drei unterschiedlich lange Seiten und drei unterschiedlich große Winkel. Dann gibt es noch ein gleichschenkeliges Dreieck. Hier ist solch ein Dreieck abgebildet. Kannst du die besonderen Eigenschaften erkennen? Drücke auf Pause und schreibe deine Ideen auf dein Blatt. Kommen wir zur Auflösung. Ein gleichschenkeliges Dreieck hat zwei gleich lange Seiten A und B, die Schenkel genannt werden. Da wir zwei gleich lange Seiten haben, beschrifte ich die Seite B mit A ist gleich B, damit die Eigenschaft, dass beide Seiten gleich lang sind, hervorgehoben wird. Die Seite C wird Basis genannt. Weiters hat das Dreieck zwei gleich große Winkel, Alpha und Beta. Die zwei gleich großen Winkel werden Basiswinkel genannt. Machen wir mit einem besonderen Dreieck weiter. Dabei entdeckst du die Eigenschaften des Dreiecks selbst. Stoppe dazu das Video und miss mit Hilfe eines Geodreiecks die Seiten und Winkel des Dreiecks vom Bildschirm ab. Erkennst du die Besonderheiten? Schreibe sie auf und überlege, wie du dieses Dreieck benennen würdest. Drück auf Pause und beginne mit dem Messen. Die Abbildung zeigt dir ein gleichseitiges Dreieck. Wie der Name bereits verrät, hat das gleichseitige Dreieck drei gleich lange Seiten A, B und C. Wir können gleich lange Seiten mit dem gleichen Buchstaben beschriften. Also benenne ich alle Dreieckseiten in A um. Weiters hat das Dreieck drei gleich große Winkel. Alpha, Beta und Gamma sind 60 Grad groß. Wie ich darauf gekommen bin, erfährst du im Video Mastery. Eigenschaften von Dreiecken. Die Einteilung nach Seiten ist somit abgeschlossen. Dabei gibt es das allgemeine Dreieck, das gleichschenkelige Dreieck und das gleichseitige Dreieck. Toll! Du hast in diesem Abschnitt Arten von Dreiecken nach Seiten unterteilt. Damit du das Gelernte nochmal wiederholen kannst, bearbeite folgende Aufgabe. Pausiere das Video und vervollständige die Sätze mit den vorgegebenen Wörtern. Ich blende dir anschließend die Lösungen ein, damit du sie eigenständig vergleichen kannst. Konntest du alle Wörter ergänzen? Bitte vergleiche deine Sätze mit der Folie. Geschafft! Mit dieser Aufgabe hast du eine tolle Übersicht zu Arten von Dreiecken erstellt. Hast du bereits die Einteilung nachs Winkel getroffen? Noch nicht? Dann schau dir das Basic 3 an. Möchtest du dich noch bei schwierigeren Aufgaben behaupten? Dann starte das Video Mastery 2 Arten von Dreiecken. Bis zum nächsten Mal!